Chroma, gegründet im Jahre 1984 als Chroma ATE Incorporated, ist ein weltweit führender Anbieter von Prüf- und Messinstrumenten, intelligenten Fertigungssystemen sowie Prüf- und Automatisierungslösungen. Zu den ersten Produkten von Chroma zählen Bildmustergeneratoren zur Analyse der Bildwiedergabequalität, sowie auch Farbanalysegeräte zur Display-Kalibrierung, um internationale Standards und Normen einzuhalten. Zum Testen von Stromwandlern bietet Chroma eine breite Modellvielfalt an Wechsel- und Gleichspannungsquellen, elektronischen Lasten und digitalen Leistungsmessgeräten für eine präzise, schnelle und zuverlässige Messung in unterschiedlichsten Leistungsklassen an. Regenerative Funktionalität erlaubt die umweltschonende Rückspeisung ungenutzter Energie ins Netz. Mit der nahtlosen Integration der Instrumente in automatisierte Prüfsysteme werden die komplexen Anforderungen bei Multifunktionsmessungen in unterschiedlichsten Industriezweigen erfüllt. Beim Testen passiver Bauelemente werden Charakteristika und Qualität der Komponenten ermittelt. ATS sind mit Zuführung, Instrumentierung, optischer Inspektion, Sortier- und Verpackungsvorrichtung ausgerüstet. Zur Sicherheit von Mensch und Maschine ermitteln die Sicherheitsprüfgeräte von Chroma Durchschlagfestigkeit, Isolationswiderstand, Fehlerstrom, Erdungswiderstand und führen weitere Tests zur Einhaltung der Sicherheitsstandards durch. Die Halbleiterprüfung dient der Bewertung komplexer Funktionalität und Leistungsfähigkeit von ICs. Mit automatischen Bestückungseinrichtungen und hochpräziser Temperatursteuerung werden Systemlevelprüfungen zur IC-Klassifizierung umgesetzt. Das Testen von LEDs beinhaltet Waferprobing, LED-Verpackungstests und One-Stop-Hochgeschwindigkeitstests bei der Leuchtmittelfertigung. Chromas LED Array Simulation ermöglicht eine Energieeffizienzprüfung bei LED-Treibern. Bei optischen Komponenten wie Foto- und Laserdioden steht die Charakterisierung und Temperaturanalyse im Mittelpunkt. Photovoltaik-Testsysteme vereinigen AOI, I- und V-Messung, Sortierung, präzise Wirkungsgradbestimmung und sicheres Handling in einer Systemlösung. Gleichspannungsquellen simulieren die Stromspannungs- Charakteristik von Solarmodulen zur Bewertung des Maximum Powerpoint Tracking von PV-Invertern. Durch die Integration von AC- und DC-Netzteilen, elektronischen Lasten- und Leistungsmessgeräten zu einem Testsystem werden die hohen Prüfanforderungen beim Testen von EV-Onboard-Chargern, Convertern und Ladestationen erfüllt. Skalierbares Batterietest-Equipment und Formierungssysteme von Chroma können individuell auf Kundenanforderungen abgestimmt werden und ermöglichen die Charakterisierung von Zellen, Modulen und Batterie-Packs. Chromas Intelligent Manufacturing System organisiert die Speicherung, Verwaltung und Analyse sämtlicher Produktionsdaten und bildet damit das Rückgrat intelligenter Fabriken und vernetzter Industrie 4.0-Anwendungen. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Prüf- und Messtechnik fokussiert sich Chroma weiterhin auf schlüsselfertige Testlösungen, automatisierte Bestückung und intelligente Produktionssysteme für einen weltweiten Kundenstamm. Die Entwicklung von Weltklasse-Produkten ist fester Bestandteil der Chroma Agenda, um die Performance und Qualität der Kundenprodukte sicherzustellen. Zur Produktion hochpräziser, zuverlässiger und einmaliger Lösungen investieren wir stetig in Forschung und Entwicklung. Die Chroma Marke steht für Innovation, kontinuierliche Verbesserungen und Globalisierung, wobei Technologieführung und Integrationskompetenz nachhaltige Wettbewerbsvorteile und gesundes Wachstum sicherstellen. Chromas Zweigniederlassungen in Europa, den USA und Asien unterstützen die Kunden vor Ort in den Bereichen erneuerbare Energien, tragbare Geräte, Telekommunikation, Solarenergie, Batterie, E-Mobilität und IoT, um unser Leben umweltfreundlicher und cleverer zu machen. Jetzt und auch in Zukunft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 áspür das ZDF für funk, 2017 shoe deraminös